Hallo, seien Sie gegrüßt. Wer bisher die Videos meiner Serie von der Alltagswirklichkeit zur digitalen Lehre verfolgt hat, wird feststellen, dass es gar nicht so leicht ist, Mehrwerte des digitalen Lehrens und Lernens herauszuarbeiten, die jedem auf Anhieb klar einleuchten. Wir hatten vor einigen Jahren gehofft, dass die Studierenden irgendwann mit den Füßen abstimmen und die Digitalisierung einfordern würden. Doch bisher ist nichts diesbezügliches geschehen. Auch den Studierenden erschließen sich offenbar kaum Mehrwerte. Darüber hinaus scheint Ihnen die Art, wie gelehrt wird, ohnehin gleichgültig zu sein. Sie nehmen das, was kommt, ob Overhead-Projektor oder interaktives Whiteboard. Bring your own device oder nicht. Hauptsache, Sie können Ihr Studium ungefährdet durchziehen. Und genau hier gilt es anzusetzen. Denn wenn der reibungslose Ablauf des Studiums gefährdet ist, dann regt sich Widerstand. Nehmen wir den fiktiven Lehramtsstudenten Maximilian König, den ich im Prolog meines Buches Patient-Hochschullehre so richtig unter Problemen der klassischen Lehre habe leiden lassen. Stundenplan-Kollisionen, keine Zielgruppen-Differenzierung, schlechte Betreuung sowohl in als auch außerhalb der Präsenzphase, Ballung von Klausuren am Semesterende, um nur einige seiner Probleme zu nennen. Was kann die Digitalisierung hier leisten? Nun, pauschal gesagt, mit digitalen Lehr- und Lernformaten kann die Studierbarkeit erhöht werden. Nehmen wir die Stundenplan-Kollisionen. Zweifach-Studierenden passiert es häufig, dass zwei Lehrveranstaltungen, die sie beide besuchen müssen, zur gleichen Zeit stattfinden. Traditionell gibt es hier nur eine Lösung. Eine der Veranstaltungen wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Erfolgt die Inhaltsvermittlung gemäß Stufe 2 unseres Modells digital, kein Problem. Dann fällt zwar die der Vertiefung gewidmete Präsenzphase aus, doch mit der Unterstützung von zusätzlichem Personal oder auch durch spezielle Zusatzmaterialien kann hier Ersatz geschaffen werden. Die Veranstaltung wird sozusagen online plus Unterstützung belegt. Oder nehmen wir die Prüfungsproblematik. Bisher haben sich die Prüfungen immer zum Semesterende gehäuft. Mit einem Kurskonzept, das die zeitliche Taktung der digitalen Inhaltsvermittlungsphase weitestgehend aufhebt, ist hier eine Entzerrung möglich, sodass Studierende den Termin ihrer Abschlussprüfung innerhalb gewisser Grenzen selbst definieren können. Wir haben dieses Konzept FLOG, das heißt flexibler On-Campus-Kurs, getauft. Und ich stelle es in einem anderen Video im Detail vor. Und das Zielgruppenproblem lässt sich auf der Integrationsstufe 2 ebenfalls auf elegante Weise lösen. 2 in 1 heißt unser Konzept, dass 2 voneinander abweichende Inhaltsvermittlungsphasen, also im Prinzip 2 Kurse, vorsieht und die Studierenden in der Präsenzphase in einem Hörsaal zwar zusammenführt, aber mit individualisiertem Übungsmaterial versorgt. Diese Individualisierung wird in der Präsenzphase noch offensichtlicher. Da ja nun kein Inhalt mehr vermittelt wird und der Präsentationsanteil minimal ist, bleibt Zeit für die einzelnen Studierenden. Und diese Art von individueller Betreuung ist für mich neben all den Studierbarkeitseffekten der größte Gewinn der Digitalisierung der Lehre. Eine neue Präsenzlehre mit neuer und sehr intensiver Student-Dozent-Interaktion. Es gibt sie also doch, die Mehrwerte. Nur entstehen sie erst nach einer Weile und durch kluge neue Konzepte des Lehrens und Lernens. In weiteren Videos werde ich die hier bereits genannten Kursformate, den Vlog und das 2-in-1-Konzept näher vorstellen. Bis dahin, machen Sie es gut. Herzliche Grüße aus Marburg.